wir sind im widerlichen schlachthaus auf der cold wind farm ich habe es im urin, dass diese runde jetzt super gut wird, ja im urin, ich habe es immer im urin, dass diese runde super gut wird, weil ich habe extra mein köpferchen mitgenommen und wenn ich mein köpferchen dabei habe, dann muss die runde gut sein und der killer darf auch nicht unsichtbar sein und es darf auch kein schwein sein, nein es ist ein unsichtbarer, leck mich doch, das ist schmitter der geist, ich habe den gar nicht gehört, was war das denn, ja, mein köpferchen habe ich dabei, ja mach es bloß nicht, nein, was ist das für eine scheiße, dass die das nicht annimmt, ich begreife es nicht, nehmt diese scheiß Palette nicht an, es kotzt mich langsam an, dass diese scheiß Tasten nicht funktionieren in diesem Kackspiel, er ist zum Mähdrescher und läuft jetzt hinten rum, äh, ja, irgendwo hinter mir habe ich ihn, ne, jetzt ist er wieder bei mir, sag nicht, das ist so ein scheiß Camper, der stand gerade hinter mir an den Heuballen, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch da steht, ich sehe gerade nicht mehr, Hä? Ne, da hinten läuft er, Richtung Feld, aber es ist ein Camper, der läuft die ganze Zeit um mich rum, das hat der Typ auch gerade festgestellt, Ja, wenn jetzt einer hier wäre, hätte er mich schulden können, aber Ja, dafür hat er jetzt einen Schlag bekommen und keiner ist da, wie immer, ich bin dann nicht schuldet. Ja, ich habe den Schlag bekommen. Fuck, ey. Aber haben sie dich jetzt guckt, ne, immer noch nicht. Ja, einer ist jetzt hier. Ja, viel zu schnell. Ja, wir haben erstmal beide die Generatoren gemacht. Er kommt jetzt genau zu dem. Ja, er kommt jetzt genau zu dem. Geht direkt auf mich los, weil ich soll ja getunnelt werden wieder. Ja. Ja, ja, ist bei mir. Zählt das auch, wenn ich mich heile? Oh, jetzt ist er anders rumgelaufen. Oder soll ich das wissen? Ja, toll. Da, wo ich jetzt inlaufe, ist natürlich... Nein, er ist bei mir, er ist bei mir nicht. Oh, so assi, ja, so assi, ey. Echt, ey, leck mich, du Arschloch. Du bist gerade runtergeholt worden, oder was? Ja, komm, ey, da muss ich gar nicht weitermachen, ey. Fuck, ey. Jetzt sind doch durch, bis ich gehalten. Er kämpft auch noch hier jetzt, ey. Bei dir auch? Jetzt geht er zu dem einen, der da gehockt hinten. Einer kommt und holt mich und ich werde wieder gekillt. Ja. Ja, ja. Ey, er hat mich wieder... Ja, er tunnelt immer die, die schon gerade gehangen haben. Das ist ein echter Arsch. Das ist ein Killer, der nichts drauf hat und dann immer gesteben bleibt. Ja, ja, ja. Ja, komm, leck dich hier, fick dich, ey. Er hat den anderen jetzt auch noch umgehauen. Nee, nur getroffen. Aber ich brauch nichts mehr machen, sonst war's. Na, der weiß ich jetzt. Ja, ja, das sind die Leute, die nicht spielen können. Die tunneln dann die ganze Zeit, hängen ein-, zweimal auf, damit schon mal einer weg ist. Die wollen dann aber auch keine Punkte haben. Die wollen dann einfach nur die Leute sterben lassen, weißt du? Und wenn da der Typ jetzt die ganze Zeit hier mit dem im Laufen ist, kommen wir uns zum Generator. Oh, jetzt ist der hier mit dem am Laufen. Würdest du mich verarschen? Jetzt gehe ich extra von da hinten weg, weil der die ganze Zeit in der gleichen Runde hier am Laufen war? Jetzt läuft der hier mit dem. Ich weiß, ich sollte Generatoren machen, aber ich weiß auch, dass ich bei Generatoren unheimlich lange brauche. Und er mich dann auch direkt hat. Ja, was dann im Geist echt scheiße ist, also für den Geist jetzt, dass er so lange braucht, bis er sichtbar wird. Ich bin eben aber gegen den gelaufen, der hat mir so scheiße den Weg blockiert. Ich meine, der hier war das, nicht der andere. Ne, Moment, der andere war das eben. Der hat mir so scheiße den Weg blockiert, ich kam nicht mehr raus. Das ist Kacke, mit diesem Weg blockieren. Ich meine, ich sehe ja, dass er sich gerade wieder sichtbar macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der wird so was von hier sein gleich. Scheiße, Entschuldigung. Ich glaube, die arbeiten zusammen, sie bleibt noch ruhig hier. Okay. Bei diesen scheiß unsichtbaren Killern werde ich immer so nervös, ne? Da kämpft der jetzt vor der Tür, oder der kommt jetzt noch hier? Ja. 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 Ich bin jetzt mal dreist. Scheiße, wo hängt der Typ? Den kannst du aber auch nicht holen, das ist ja die Kacke. Macht die jetzt die Tür auf, oder nicht? Hallo? Also ich sehe nichts, ich bin nicht mehr in der Runde. Ich denke, die macht die Tür auf. Ist nicht deren Ernst jetzt, ne? Jetzt macht sie die Tür auf, oder was? Jetzt, wo ich hier rausgehe. Boah. Komm, ich stelle mich mal hier so als Opferlam hin. Okay, sie hat den, sehr schön. Komm bitte mit ihm raus. Hier, komm, 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 komm. Nein. Oh, scheiße. Komm, hier, hier, hier. Ja. Scheiße, aber er kam nicht mehr raus, oder? Könnte er noch raus? Ich wollte eigentlich dazwischen. Da ist ein Idiot von Killer dazwischen gelaufen. Ich wollte ihn eigentlich schützen. Uh, 19.000. Für was? Nein. Scheiße. Er ist doch noch gestorben. Nichts. Er ist doch noch. Vielen Dank.